Hi Leute! Willkommen zurück bei Minecraft Story Mode. Ja, es fängt sogar jetzt so an. Also jetzt fängt eigentlich erst richtig Episode 4 an. Wir waren stehen geblieben, dass wir jetzt die Endermans suchen. Ach nee, noch nicht. Ach, erst mal zu Ivor's Versteck. Oder was? Doch, ja, doch, doch. Genau, und Axel ist mit Elegard zusammen nach Dingens gegangen. Zu Sirens Festung. Und wir wollten irgendwas holen aus Ivor's Versteck und den Befehlsblock kaputt. Eine Verzauberung, eine Formel oder so. Damit der Befehlsblock kaputt geht. Also, dass wir quasi unser Schwert verzaubern und damit den Befehlsblock abhauen können. Ich find das so geil. Sind wir bei da? Oder sind wir schon da? Ich find das so genial. Deswegen mach ich das auch jetzt grad mit Absicht. Schöne Landschaften. So, wirklich extrem weit. Einmal pinnt. Aber würde mich denn interessieren, der Rückweg, bzw. Weg zur Sirens Festung. Wie weit ist der dann? Ist der genauso weit? Oder weiter? Oder kürzer? Kommt doch an, in welche Richtung das liegt. Oh, Ruben wird auch schon müde. Mach ein Nickerchen, Ruben. Nur nicht runterfallen, bitte. Das ist ein extrem langer Ritt. Das ist ja der Wahnsinn. Entschuldigung. Wir husten aber. Ich kann dafür immer nichts machen. Es scheint, als ob wir endlich angekommen wären. Es wird jeweils gespeichert. Oh, ich weiß nicht, dass wir immer noch nie fahren können. Ich sage euch, dass wir nicht nach den Far Lands gehen können. Sie sind nicht nur die Bedeutung unserer Welt, sondern die Grenzen unserer Verkaufung. Oh, bitte. Die Far Lands sind ein glückliches Abfall. Natur ist eine Art der Leben interessiert. Nein, nein, nein. Sie sind gefährlich und unverdekte. Perlingeräusche, fliegende Punkte. Das sind keine Dinge, die wir mit uns verhalten haben. Oh, ich habe noch nie gehört. Was genau die Far Lands sind? Du bist wirklich ernsthaft? Die Far Lands liegen auf der ganzen Seite von allen Dingen, wo die Logik führt zu Chaos. Sie sind ein gefährliches Ort zu besuchen, und ein schreckliches Ort, um ein Laboratorium zu construieren. Juste warten, bis Sie sehen es. Die beiden nicht aufhören? Ich weiß nicht, ich bin zu zack, um zu interessieren. Keine Worte. Ich stehe. Vielleicht sollten wir zurückkommen? Das ist nicht der Zeit. Die Pausen sind zu gefährlich. Du wirst nie wissen, was rundherum könnte. Also Pause ist okay, aber... Die haben alle Hunger. Ja, das ist wohl wirklich so. Na, Männchens Kinder, Controller. Hör auf zu spacken. Tja, dann suchen wir wohl mal was zu essen. Ah, dieser Controller macht mich grad ein bisschen... ...fuchtig hier. Was haben wir da? Kartoffeln! Da ist eine Kartoffel! Aber erst mal... Eine Kartoffel! Da ist noch eine Kartoffel und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auch gleich angegriffen wären. Und was ist das da oben? Da leuchtet eine Fackel. Wie sie sagen. Zwei Potatoes ist besser als eine. Ich denke, sie sagen das. Hey Jesse! Hast du noch Essen gefunden? Ich sollte wahrscheinlich, was ich habe, zurück in die Gruppe. Ja? Was ist das da? Mann! Hexenhütte! Hexenhütte klingt nicht sehr einladend. Aber Witch ist heiß. Wir sollten sich klar davon ausziehen. Nichts gut passiert, wenn Witches involviert sind. Schau, ein Kacke! Das ist genug, um alle zu essen. Es ist nicht wert, Jesse. Witches lieben Trespasser. Außerdem... Es gibt viele Potatoes. Ist das eine Witch? Ja. Jesse, wir sollten nicht hier sein. Witches sind sehr stark. Ich möchte den Kuchen. Ich kann es nicht überlassen. Ich brauche dich, meine Beine zu sehen. Okay? Ich sage dir, das ist ein schlechtes... Ich bin mir zu sagen. Ich bin mir zu sagen. Ich bin mir zu sehen. Ich bin mir zu sehen. Es ist einfach schnell über das. Truhe? Nein! Ich lasse... Ich lasse mich hier mal nicht ablenken. Okay, aber wir untersuchen den Kessel. Ah! Wow! Oh! Mein ist hier hässlich. Ah! Feigling! Oh! What? Ah! Gott dammit! Hey! You! Witch! Oh! Ich sage... Einmal kurz geschubbt! Wow! Keine Ahnung! Ich würde sagen, er ist abgehauen. Weil er einfach ein Feigling ist. Deswegen wird er einfach abgehauen sein. Wow! Wow! Ja! Und die sollen jetzt so gefährlich sein oder wie? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich bin froh, dass Jesse diesen Kegel geschnitten hat. Das macht die ganze Wallen der Insanität viel einfacher zu finden. Sag was du möchtest über die Wälder. Sie wissen sicher, wie ein Kegel zu machen. Hm. Der war aber bestimmt schon mal hier. Nicht hier spezifisch. Aber ich habe besitzt die Farben. Die Ordnung hat weit und weit nach unserer Zeit. Unglaublich. Du kannst das wieder sagen. Unglaublich. Du kannst es nicht sehen, wie ich es dachte. Ein kleiner Angst ist manchmal gesund, Jesse. Was sieht immer ganz interessant aus. Sie verlassen sich aber auf uns. Also. Müssen wir da jetzt mal durch ohne die. Gute Lavia. Gute Lavia. Ist das... ...eine Maze? Nein, bitte nicht. Es scheint so. Nein. Ein massiverer aus dem Blick. Ein weiterer Weg, bitte. Nein. Ein weiterer Weg. Aber ich glaube, wir werden keine finden. Was haben wir hier? Na. Da hoch kaputte Wand. Kann man hier dann... Was haben wir hier? Blumen. Was haben wir hier? Blumen. Was? Ah, die Kutoffeln haben wir auch gerade gar nicht mehr, sehe ich. Oh. Wo kommen die Zombies denn jetzt her? Ach du Scheiße. Wo kommen die denn jetzt mal alle her? Ich denke mal, die Zombies werden bestimmt nicht klettern können. Ah. Also doch, Labyrinth. Aber immerhin sehen wir das Labyrinth von oben. Immerhin sehen wir es von oben. So, ich würde sagen... Ich hasse Labyrinthe, habe ich das schon mal erwähnt? Labyrinthe sind einfach nur kacke. Ach, hä? Wieso sind die jetzt da unten? Wie geht denn so? Oh, was ist denn das da? Wasserfall? Mensch, jetzt Kinder. Ja, dem Kleinen wird es schon gut gehen. Macht hier bloß keinen Kopf. Ivershütte. Ja. Ein bisschen näher wäre toll. Aber das wird schon noch. Da unten ist ein Zombie. Die anderen sind hier hochgeklettert, glaube ich, oder? Ich gehe jetzt mit Absicht mal nach hier links, weil ich bin so ganz oft nach rechts gegangen. Da möchte ich doch auch gerne mal ein bisschen nach links gehen. Jetzt haben wir hier fliegende Insel. Was heißt denn fliegende Insel? Kann man damit was machen? Nee. Ist der überhaupt weiter hier? Na, komm. Ist der Weg? Nee, ist kein Weg. Okay, da ist kein Weg. Aber, wenn mich meine Augen nicht täuschen, das tun sie doch recht oft. Ist hier... Weg besser nach oben. Und dann ist hier zu Ende. Okay. Muss ich doch eventuell wieder nach rechts gehen? Das wäre auf jeden Fall interessant. Na. Oh, was haben wir hier? Kaputte Wände. Einfach nur runter. Nee, da geht es nicht weiter. Nee, hier geht es auch nicht weiter. Okay, also... Doch wieder komplett zurück nach rechts. Also wahrscheinlich... Müsst ihr auf der rechten Spur bleiben? Kann man euch natürlich auch... Täuschen? Hö? Ach, bin ich hier lang gegangen? Doch, ja. Doch, 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 doch. Ist denn ein Bogen gemacht? Nee, hier gibt es... Oder? Habe ich so einen Riesenbogen gemacht? Das kann ich jetzt gerade so gar nicht glauben. Doch, ich habe einen Riesenbogen gemacht. Na, komm schon. Da vorne ging es jetzt, glaube ich, nicht weiter, ne? Nee, da hört es auf. Man sieht das so schlecht. Ähm... Jetzt hört es sich auch schon auf. Ich habe mich verlaufen. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Äh... Kann man springen? Kann man nicht. Wo sind wir von gekommen? Ich glaube, von hier, oder? In Prinzip gehe ich jetzt wieder komplett zurück. Geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Oh, Mann. Ja, okay. Hier geht es auch nicht weiter. Um Gottes Willen. Ja, wir haben mal reingegangen. Ich glaube, da wäre eine Menge erspart geblieben. Hätte ich jetzt bestimmt nicht hier oben lang dümpeln müssen. Weil das ist ja hier noch... verwirrender. So, hier stand ich vorhin. Aber das ist dann doch der eins... War das schon der einzige Weg? Weil hier oben geht es ja nicht weiter. Da ist ja dann hier... Hier Ende. Ha. Was hat es doch auch mit diesen fliegenden Inseln auf sich? Das würde mich auch mal brennend interessieren. Aber... Das würde ein Mysterium bleiben. Das wäre das Erste. Ob es aufgekleidet wird, keine Ahnung. Also... Wäre aber mal schön. Da ist nichts mehr gewesen. Da geht es ja auch nicht weiter. Da geht es genauso wenig. Und hier ging es auch nicht weiter, oder? Ih, da ist eine Spinne. Okay, hier geht es dann doch weiter. Kommt die Spinne jetzt hier hoch? Hier haben wir... Na? Fenster? Finde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, verrückter geht es schon gar nicht mehr. Also, oder... Oh, die Spinne ist da. Ich habe mich gerade noch gefragt, ob die Spinne jetzt hier hochkommt. Au. Au. Wir haben kein Schwert mehr. Sehr schön. Was ist denn hier so lang? Äh... Boah, Leute, nee. Ist ja hier ein Riesenweg. Ist ja echt ein... Oh, was ist denn das da unten? Ah, da sind sie. What? Zack. Boom. So. Äh... Ja, doch, wir waren auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir kein Schwert mehr. Und keine Pfeile. Heißt es dann... Bloßen Händen verteidigen. Da, was ist das da unten? Da leuchtet irgendwas sehr merkwürdiges. Hier haben wir nochmal eine fliegende Insel. Das hat ja schon gar nichts mehr zu sagen. Was bleibt uns dann jetzt noch so? Ach, hier sitzt wir schon in einer Sackgasse. Kann das sein? Hm, was ist das? Katapult oder so? Nun gut, ich mach hier überhaupt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet Spaß mit dieser Folge von Minecraft-Stamut. Wenn ja, gebt mir noch ein Däumchen nach oben. Und schreibt beim nächsten Mal ein. Macht's gut, Freunde. Und...